Oh, Junge, Pitch Notes! Hab ich Bock oder was? Rein da, let's go! Okay, was haben wir? Die Progress Bars werden woanders hingeschoben. Okay, I guess, that seems good. Ah, aber Oma hat eine Änderung bekommen. Oh Junge, let's go man! Der bekommt ein anderes 3D-Modell. Für die Third Person aber auch nur. Äh, okay. Ah, wir haben Map-Updates! Junge, für Haven endlich mal was Neues. Die haben Pixel-Kollisionen entfernt. Dass man jetzt nicht mehr auf die A-Boxen und auch nicht auf die C-Boxen kann ohne Ability. Okay, Junge, neue Gameplay-Systeme, vielleicht mal Map-Pool? New Performance-Graphen. Um den Shooting-Fehler besser bei den Schüssen zeigen zu können. Okay, Consistency-Updates sind auch Performance-Graphen. noch besseren Server-Input-Latency. Äh... Network-RTT-Average-Max-Graphen. Leute, was? New Performance-Graph... und... Bugfixes. Cosmetics! Oh Junge! Bug... meine Flickering... das... Auch nur ein Bugfix. Gameplay-Systems? Auch Bugfixes. Bugfixes. Rugged'-Coaca-Basen. K compatibility的是ически bewusst, Staatший Club zu zum Beispiel.